Und in die Feier 2014 abhiebe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, wer Geld geben will für eine Sache, bei der es nicht ums Geld geht, sondern um Musik, um ein Herz, der sollte hier investieren, weil die Kohle ist gut angelegt. Musik Wie immer bei Wood in die Feier wird auch dieses Album komplett selbst gemacht, selbst produziert, selbst aufgenommen, selbst designt. Wir haben verschiedene Spezialisten in dieser Band, die uns das ermöglichen, die Sachen komplett selber zu produzieren. Schön wäre es, wenn ihr uns für die Pressung an sich, für die Plattenpressung an sich, etwas Geld spenden würdet. Und ihr könnt hinterher auf jeden Fall eine Wood in die Feierplatte eurer eigenen. Musik Wir wollen nicht sein, wir wollen nicht darstellen oder so, irgendwas, was man von uns erwartet oder einem Bild entsprechen, sondern wir machen die Musik, die aus unserem Herzen kommt und die durch jeden Einzelnen in der Band geprägt ist. Eine Reise quer durch alle Kontinente, quer durch das, was uns interessiert, auf eine Reise mit uns und in jedem Fall tanzbar. Auf jeden Fall auch nicht ein klassisches Draggy-Album, aber es sind alles Aspekte, die darauf befasst werden. Ich glaube, auch ein ganz gutes Gleichgewicht aus Instrumentalstücken und Gesangsstücken. In jedem Fall alles eine eigene Komposition. Musik 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 Es sind ja mittlerweile einige Leute dazugekommen und auch damit musikalische Impulse, neue, andere. Wir spielen regelmäßig im Schokoladen, nach wie vor, nach nunmehr 14 Jahren immer noch. Gebt uns euer Holz hier, unser Feuer, damit es richtig brennen kann. Unverwechselbares Bootfeeling, Wood in the Fire Berlin 2014. Die ersten 180 Spenden sind schon eingetrocknet in Form von Bierflaschen und die werden wir jetzt schon mal einbringen. Wir legen es schon mal in den finanziellen Brotstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017